So, neuer Winde auf den Leichen-Mem. Die haben jetzt den Leichen vernächtigt. Ja, mein Freund. Ach, du hast den Kunstkennanzieher reingemacht. Ja, den hab ich schon länger. Das lass ich jetzt erst gerade. Da fällt ein ganzer Schwarm von uns zu 10. Spurs und Sherman 2 dabei. Sherman 2, aber heute hab ich jetzt nicht. Ja, Inchcarrier ist auch mit dabei. Ja. Kein zweiter. Scheint relativ ausgebildet zu sein. Der Rumpa ist angefangen. Und man dann den Ladeschutz ist. Ladeschutz, ja nie. Verstört. Die Nummer B unterscheiden. B. Weg nach links raus. Weg nach links raus. Weg nach links raus. oder haust er? 1 vorbei. Oh Gott, da hat er nicht mehr Feuer. Oh, jetzt habe ich für den Schuss gefrisst. Das war aber nicht schön. Ich habe mir so den Gedanken, jetzt fahre ich davor, dann fange ich den Schuss. Das ist wirklich passiert. Ich werde von rechts beschossen. Nicht mehr. Feuerlöscher, Feuerlöscher. Musst du reparieren? Ja. Und zwar nicht mal so kurz. Ah, scheiße, da kommen die Achtpanzer. Null. Aber schnell in die Kurse. Jetzt ver... So ist er schon. Okay. Sehr nice. Hat den Motor und den Kraftstofftank getroffen. Fertig mit reparieren? Ja. Da steht ein Stück links. Kommandant und Richtlinie. Er stirbt. Und dann spiel ich oben. Ich schiff. Ich schlich. Ich schlich. Ich schaff. Oh Gott, da ist ein Windstand, Hörler. Ah, ich schüttel raus, ich kann mich schütteln. Oh oh. Jetzt ist das Geschick perfekt. Ja, ich bin raus. Oh Gott, da ist das. Oh Gott, da ist ein Windstand, Hörler. Oh Gott, da ist das. Oh Gott, da ist das. Oh Gott, da ist das. Das war's für heute. Oh, cool, ich hab... Ich hab's schon... ...decken mal. Ja, ich hab' einen Aufschuss, so... ...für den Komplizierung schon mal... ...weil er nicht mehr mit... Pass auf, auf jeden Fall keine schlechte Runde. Stimmt wohl. Aber das wird böse... ...oder auch nicht enden... ...oder das kann nicht sein. Die Stücke ist zwar weg, aber da ist noch ordentlich mehr dahinten. Ich weiß auch, ob's hier drauf war. Oh, fach... ...ja, falsch... ...ich war doch im Artimus und bin erst mal voll im M24... ...und so reingefahren, hab jetzt mal zur Seite gedreut. Ja, gut, läuft. Ja, langsam komm ich mit den Briten wieder rein. Cromwell A2, britischer Panzerfahrer 2... ...nach immerhin... Oh, der Cromwell kickt jetzt erstmal... ...Auszeichnungen und... ...fünf Abschüsse, fünf Abschusshöfen und drei Eroberungen. Das ist doch gut. Ah, ich hab' ganz schön viele Punkte, seh' ich gerade. So, ich muss mal kurz weg, bin gleich wieder da. Jo. Achso, Quatsch, ich wollte gucken, wieviel... ...ев sind von zu viel... Jut, eigentliche, ich weiß Jungs, wenn's weg ist, mal hier ist mal die Aufnahme zu Ende, und dann sehen wir uns... bei nächsten Videos, tschuhu.